Es ist irgendwo in einem Arena Netzer Port ein Lämmchen eingegangen, als die Mauer hochkam. So fängt der denn jetzt hier mit an. Ja, der fängt jetzt wahrscheinlich langsam an zu spinnen. Irgendwann haben wir ihn, drüber haben wir ihn weich gekocht. Der hat auch die Faxen dicke. Der ist schon zum zwölften Mal hier. Jetzt zeig ich dir einfach mal, wo der Hammer hängt. Ich teste das mal noch mal, ob der mich hier pullen kann, wenn ich so stehe. Wie herren, zählt nicht. Ich muss ihn da mitgestehen. Genau. Oh Gott. Och Mann. Warum ich... Vorsicht. Wiemals in der Mitte stehen. Warum bin ich nicht angesprochen? Geht los. Dieser Buff, den er vorher hatte, ne? Dieser Blitz, der kommt auch nicht mehr. Der kam sonst auch immer schon sehr unregelmäßig, hatte ich den Eindruck. Ja, weil er ist ja... Na, da konntest du ja damals nachrichten, wenn der Blitz kam. Ja. Aber jetzt? Wir spielen den Rass noch kaputt. Klappt ja immer in frei. Hallo, Ress. Ich dachte, der macht so eine komische, er weiß schon. Ranz hier. Ja, das ist Schaden. 10.000. Bye, bye. Ah, Ads. Dingster. Ja, das war das Wort Ads. Oh Gott, hoffentlich kommt das nicht auf YouTube, wenn ich hier so rumpülle. Nur wollen wir es jetzt schaffen. Guck so. Jetzt kann ich auch schneiden. Oh na, ich bin down. Und? Komplett down, ne? Natürlich nicht nur einfach, sondern gleich doppelt down. Da kann man ja doppelt down. Ja. Okay. Das ist noch kleine Schäden. 50% möchte ich schon schaffen, jetzt. Sehr toll. Achtung. Achtung. Hinter den Kisten gehst du nochmal nicht durch. Weg, ist weg. Weg, ist weg. Das ist richtig mutig jetzt, aber wir schaffen es. Danke. Danke, 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 danke. Was für ein Retz. 50% oder? Haben wir gleich. Gleich. Fühlt sich gut an. Ich schmeiß wieder eine Kiste. Hier stand eine Bombe neben mir, aber die hat mir nichts getan. Das ist auch lustig. Ah, nee, ich mache nochmal. Oh, nee, mache ich nicht. Gerade kommen nochmal jetzt eigentlich, oder nicht? Denk ich auch. Doch, ja, sind doch nicht ganz bei 50%, oder? Ich komme. I'm away. Oh, Mist. Alle schlagen. Sind jetzt sehr ungeschützt und das gefällt mir gerade nicht. Danke, weil. Oh, Ed sind da. Ed sind da. Das sind jetzt an 50%. Nein, ich habe nicht. Achtung, Kugeln. Oh, nein. Scheiße, weg. Lol. Nee, du bist nicht von einem. Arsch der Welt angezogen, ey. Ich darf da wohl nicht wahr sein. In Richtung Voto. Und er steht wieder. Ah, Ed ist perfekt, perfekt. Jetzt haben wir keine Kisten mehr, ne? Nee, ich glaube, wir haben eine Kiste. Nee, du musst ganz weit weg stehen. Ganz weit weg, ja. Und dann hast du eine Chance, da irgendwie auszuweichen. Aus meiner. Nice. Ich bin gleich down für den Gerede. Ja, weit weg geht es. Dankeschön. Nicht gesehen. Nein, nein. Nicht gesehen. Eine Sekunde bis zum Fall. So eine Scheiße. Nicht in der Mitte stehen. Nicht in der Mitte stehen. Da ist eine Bombe. Achtung. Worum auch immer. Kann man eigentlich mit Stabin dem ausweichen, dass er einen heranzieht, oder? Wollen wir ihn? Ja, Kugeln. Ich versuche mal auf die andere Seite zu kommen, nach den Kugeln, das mit dem Abspringen ist gefährlich. Die Bombe könnte von mir kommen, die hier rumliegt. Das ist von dir, ja gut, das wäre natürlich... Die irritiert mich ja. Was ist denn da los? Ich habe vorletztens sehr spontan die Skillung mir ausgedacht. Aber die hier war nicht von mir. Die große. Die Hekt encuentrieenes. Adz? Adz sind wir da. Was heißt soransactions? Googlen! Gedahnt! Gedahnt! Super! Stehe! Nein, nein, nein! Ich muss ja, ich hab's überlebt, was war los? Nicht genau mit dir stehen bei ihm, nicht genau mit dir stehen bei ihm! Mit der Hüse, mit der Hüse! Geht! Googlen! Was soll ich googlen? Googlen! Ach so! Googlen! Wieso trifft er mich denn? Das gibt's doch gar nicht! Ja, nicht alle down! Anurys! Weiter, weiter! Ich geh zu Votor! Okay, super! Danke! Boah, Wahnsinn, Leute! Geht's doch nicht! Geh mir mal auf die Goschen oder den Gegner herst! Easy ist das! Easy! Jetzt bin ich hier in der Treppe hängen geblieben! Aha! Scheiße! Jetzt hab ich ein bisschen Angst vor den Kugeln! Ich komm schon irgendwann wieder hoch! Ich komm schon irgendwann wieder hoch! Ja, beim Allen lieg ich offensichtlich! Ich bin rumgepackt! Ja, dann machen wir ihn halt fertig, oder? Das zahlt sich eh nicht mehr aus! Ich geh mal da auf! Nein! Boah! Yes! Ja! Super, super! So, den haben wir uns jetzt verdient hier! Ja! 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 Wipe Bunch!